eine inschrift auf der ansonsten makellosen oberfläche des eis eine die vor neun tagen als ich es zum letzten mal gesehen hatte definitiv noch nicht dagewesen war kein anderer avatar konnte diesen raum betreten niemand konnte sich an dem ei zu schaffen gemacht haben die inschrift konnte also nur auf eine weise dorthin gelangt sein halliday selbst musste dafür gesorgt haben daß sie auf der oberfläche des eis erschien womöglich war sie sofort nachdem anorak mir seinen umhang gegeben hatte aufgetaucht und ich war einfach zu abgelenkt gewesen um es zu bemerken ich beugte mich vor um die inschrift zu lesen gss 13 stockwerk tresorraum nummer 42-8675309 plötzlich hämmerte mein puls in den ohren ich lockte mich sofort aus der oasis aus und kletterte aus der anlage dann stürmte ich aus meinem neuen büro sprintete den korridor entlang und sprang in den erstbesten aufzug das halbe dutzend gss angestellte in der kabine vermied es blickkontakt mit mir aufzunehmen ich konnte mir vorstellen was sie alle dachten hier kommt der neue boss genauso schräg wie der alte ich nickte ihnen höflich zu und rückte den knopf für die dreizehn dem interaktiven gebäudeverzeichnis auf meinem handy zufolge befand sich im dreizehnten stockwerk das firmenarchiv natürlich hatte helliday es dorthin verlegt in einer seiner lieblingsserien max headroom befand sich das verborgene forschungs- und entwicklungslabor von network 23 im dreizehnten stockwerk außerdem war the thirteenth floor auch der titel eines alten science fiction films zum thema virtuelle realität der 1999 herauskam kurz nach matrix und existenz als ich den aufzug verließ nahmen die bewaffneten security leute an der wachstation haltung an einer von ihnen scannte meine netzhaut um meine identität zu bestätigen eine reine formalität dann führte er mich an der station vorbei durch ein paar gepanzerte türen in ein labyrinth aus hell erleuchteten korridoren schließlich erreichten wir einen großen raum an dessen wänden sich dutzende nummerierter türen reiten die wie überdimensionierte schließfächer jeweils mit einer zahl gekennzeichnet waren ich bedankte mich bei dem wachmann und sagte ihm dass er gehen könne dann schritt ich die türen ab da war sie nummer 42 wieder einer von hellidays witzen in einem seiner lieblingsromane ist die zahl 42 die ultimative antwort auf die frage nach dem leben dem universum und dem ganzen rest ein paar sekunden lang stand ich nur da und musste mich daran erinnern zu atmen dann tippte ich die ziffern aus der inschrift in das tastenfeld neben der tresortür ein 8 6 7 5 3 0 9 eine kombination die sich jeder jäger der etwas auf sich hielt problemlos merken könnte jenny i've got your number i need to make your mine das schloss schnappte zurück und die tür schwang auf dahinter kam das würfelförmige innere des tresors zum vorschein und ein großes silbernes ei das sich darin befand es sah genauso aus wie das virtuelle ei in anorex bibliothek nur dass sich bei diesem hier keine inschrift auf der oberfläche befand ich wischte meine verschwitzten handflächen an meinen oberschenkeln ab ich wollte das ding bloß nicht fallen lassen und nahm das ei an mich dann setzte ich es auf einem stahltisch in der mitte des raums ab das untere ende war etwas beschwert deshalb wackelte es kurz und blieb dann aufrecht stehen wie ein stehaufmännchen als ich mich vorbeugte um das ei genauer zu betrachten entdeckte ich an der oberseite ein kleines ovales daumenscanfeld das nahtlos in die gewölbte oberfläche eingelassen war ich drückte den daumen darauf und das ei teilte sich in der mitte und klappte auf innen ruhte auf blauen samt gebettet eine art headset ich nahm es heraus und drehte es in den händen das gerät besaß in der mitte einen segmentierten dorn der von der stirn des trägers bis zum nacken reichte und an dem auf beiden seiten jeweils fünf c-förmige metallstreifen befestigt waren jeder dieser streifen bestand aus mehreren ineinander schiebbaren segmenten an deren unterseite sich kreisrunde sensoren befanden dadurch ließen sich die sensoren an verschiedene kopfformen und größen anpassen am unteren ende des headsets war ein langes glasfaserkabel angebracht das in einen gewöhnlichen oasis konsolenstecker überging hatte mein herz zuvor schon gegen meine rippen gehämmert so blieb es jetzt beinah stehen das mußte irgendeinen das mußte irgendeine